Da steht nichts drauf, dass du nicht joggen kannst. Zähle konkrete Defizite und Hassübungen auf Joggen, so wie ich. Ja gut, für mich Joggen, lang Joggen. Wenn sie joggt und ich laufe, sind wir im selben Gang. Ist doch egal. Nee, ist nicht egal. Was ist daran, bitte egal. Lassen Sie wieder aus. Ich bin doch gar nicht ausgerastet. Wenn ich ausraste, will ich richtig laut und schreie. Woran könnte Laura im Zusammenleben im Camp noch arbeiten? Gelassener sein, geduldiger, nicht so schnell alles ... Persönlich nehmen. Persönlich nehmen oder ausrasten, wenn ihr etwas nicht so gefällt. Im Camp leben. Ist das dein Ernst? Wieso? Du siehst doch zusammen ... Guck, guck, guck. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Du hörst es doch aus. So siehst du? Du rastest doch aus. Du rastest nicht aus, gerade. Die stellt dir eine Frage. So siehst du mich? Wo ist das Problem? Ich habe doch nichts Schlimmes gesehen. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Ich bin erschütternd. Aber es war doch so. Aber es war doch so. Es war doch so. War es nicht so oder war es nicht so? Ja. Wir sind zwei unterschiedliche Menschen und da muss man halt lernen, sich zu verstehen. Aber es war doch so. Ich bin erschütternd. Ich bin erschütternd.